Er tut sich etwas schwer, der Markt. Ja, irgendwie hat man den Eindruck, ja, irgendwie hoch wäre schon nicht schlecht. Das wollen dann doch alle. Ja, aber dafür ist das Ganze zu fragil. Der Kurs geht nach unten. Fangen wir mit dem DAX an. Der ist im Moment tapfer auf dem Weg nach unten. Relativ zügige Abwärtsbewegung und dementsprechend ganz schnell die Gefahr, dass damit das Tief, was wir am 18. August hatten, hier in etwa beim DAX Index 15.465 oder was es war, dass das nochmal gerissen wird, ist relativ, sagen wir mal, realistisch. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt super, super wahrscheinlich ist, aber man muss damit tatsächlich rechnen, dass das passiert. Und ihr wisst das an der blauen Kiste. Es ist auch gar nicht so abwegig. Wir haben damit gerechnet. Die Dauer, wann ist das passiert, das wussten wir natürlich nicht. Aber das ist im Prinzip so die Arbeit, die wir da noch abfrühstücken müssen. Also ich ziehe es nochmal ein bisschen hin in die Länge. Ein bisschen Platz dürfte er sich ja noch lassen. Also, dass es da in der nächsten Zeit nochmal reingeht. Nochmal zur Erinnerung. Dann wird neu und frisch entschieden, ob die Marktteilnehmer wirklich entweder vielleicht im Rahmen der 15.400er Marke, vielleicht auch noch der 300, bei 300 haben wir jetzt keine Marke drin, aber vielleicht bei 200 irgendwo, dann den Dreh macht. Das steht dann noch offen. Ist aber noch realistisch möglich. Also das wäre im Rahmen des bullischen Bildes immer noch in Ordnung, wenn er bis dahin geht. Nur da drunter, da weiß ich wirklich dann nicht mehr. Also viel tiefer. Am liebsten wäre mir, macht noch die 400 von mir aus. Dann haben wir das noch abgefrühstückt. Das ist kein Muss. Viele glauben dann, ah, guck mal, da liegt noch eine Marke, da muss er noch hin. Das ist nicht, dass die magnetisch sind. Das ist nicht eine Pflichtaufgabe. Aber es ist halt relativ typisch, dass er das tut. Und deshalb sollte man nicht sagen, naja, ist ja Quatsch. Das macht er nicht. Also insofern ist das ein Punkt, wo man sagen muss, okay, damit müssen wir noch rechnen. Und wenn ich mir das so Intraday-mäßig angucke, sieht das so aus, als ob das tatsächlich aktuell die richtige Richtung ist. Ich habe mal auf den FDAX, also den DAX Future, rumgeswitcht. Das ist ja das Instrument. Also das Bild ist hier relativ ähnlich. Da ist jetzt nicht ein Riesenunterschied. Wir sehen, dass die Abwärtsseite relativ stark ist. Zwischendurch gibt es da immer mal so kleinere Korrektürchen. Das ist das, was ihr Intraday gegebenenfalls natürlich auch nutzen könnt, wenn ihr irgendwie sowas macht, um zumindest nochmal ein Update zu haben, gilt die Richtung noch. Also wenn ihr an einer Stelle seid und der Kurs ist so stark runtergelaufen und dann macht er so eine Bewegung hoch, spätestens wenn er dann bricht, also da nochmal durchgeht, dann wisst ihr, also das sieht schon sowieso nicht nach Long aus in der Aufwärtsbewegung, weil eben viel zu zögerlich, dass es die Abwärtsrichtung ist. Ihr seht, das Spiel, das kann man immer wieder wiederholen. Immer wenn sowas ist, ist das nochmal ein Zeichen dafür. Jetzt sind wir schon ein gutes Stück gefallen. Also jetzt hatten wir schon ein gutes Stück hinter uns. Natürlich gilt das für kleinere Korrekturen nach wie vor, so wie ich das eben angedeutet habe, hier mit dem, was wir da vorher haben. Das würde aber auch für etwas größere Korrekturen gelten. Wenn jetzt diese gesamte Strecke korrigiert wird, das heißt, wenn wir so in den Mittelbereich reingehen, ich zeichne das mal eben ein, das ist jetzt ein Angebot. Ich weiß nicht, ob das jetzt passiert. Das müsst ihr notfalls neu messen. Also bitte nicht, dass ihr jetzt davon ausgeht, so hat das gezeichnet, so wird das passieren. Solange dieses das tief bliebe, also nehmen wir mal an der Kurs geht jetzt hoch, dann wäre eigentlich in diese Kiste ein wunderbares Ziel für eine Korrektur. Ihr wisst, Korrekturen sollten entweder dreiwellig aussehen oder von mir aus auch irgendwie so dieser Natur. Also es könnte jetzt also auch sein, dass es stattdessen so aussieht. Dann hätten wir die Korrektur, die vollständige Korrektur dieser Bewegung und dann würde danach gerne nochmal so eine Bewegung nach unten eben stattfinden. Also dass quasi sich die Abwärtsbewegung nochmal fortsetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier stattfindet. Das kann ja sein, dass es jetzt noch weiterfällt. Dann müsst ihr die Zeichnung halt frisch machen, dann vom jeweiligen Tief, wo auch immer das dann eben dann auftritt. Also das ist jetzt schematisch. Ihr müsst natürlich gucken, wo das ist. Viele sagen, ja, das sehe ich ja immer erst später. Naja, das seht ihr, wenn der Kurs, sagen wir mal, die Hälfte dieser Strecke wieder hochgelaufen ist. Dann könnt ihr spätestens, also wenn ihr seht, der macht ein gutes Gegenstück hier, dann könnt ihr ja vom höchsten zum tiefsten Fibonacci einzeichnen. Wenn euch das zu mühsam ist, ihr könnt auch die Hälfte einfach nehmen. Die Hälfte kann man notfalls optisch abschätzen und sagen, okay, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer. Da liege ich nicht so schlecht mit. Ein bisschen genauer ist es, wenn man Fibonacci nimmt, aber auch ich, wie ihr wisst, nehme ja nicht Fibonacci-Millimeter genau. Ich nehme ja auch nicht exakt die 38er. Es darf ja ein bisschen höher, ein bisschen tiefer sein. Aber so habt ihr eine Orientierung. Was natürlich nicht negativ, also nicht short ist, wenn der Kurs da so reingeht. Dann haben wir zwar die Bedingungen erfüllt, dass wir da sind, aber eben nicht korrektiv. Dann wäre meine Idee eher, dass nach der nächsten Korrektur es weiter nach oben geht. Also das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Ich erzähle euch jeden Tag das Gleiche. Aber so ist es an den Märkten, das ist wie beim Radfahren, das ist ja auch nicht jeden Tag neu. Nur die Umgebung, in der das Ganze stattfindet, die ändert sich. Im Moment sind wir in einer zumindest mal partiell bärischen Umgebung. Und die ist eben leicht abwärts gerichtet. Aber wir wissen ungefähr, wie wir uns da orientieren können. Ja, rechnet damit, ich hatte es gestern schon mal angedeutet, diese Aufwärtsbewegung, das ist beim DAX oder beim DAX Index, also kein großer Unterschied. Das sieht eben nochmal maximal korrektiv aus. Rechnet damit, dass der Kurs nochmal tiefer geht. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, der eine oder andere kennt das von euch und sagt, Mensch, könnte das nicht hier ein Leading Diagonal sein? Leading Diagonal ist tatsächlich die erste Bewegung, die korrektiv ist. Die zum Beispiel dann so aussieht, als erster Fünfweller, vielleicht dann sogar eine A, B, C hat, eine Seitwärtskorrektur und anschließend aber weiter nach oben geht. Ja, das wäre denkbar. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario ist nicht sehr hoch. Sie liegt statistisch gesehen unter 15 Prozent. Ja, 13, 12, 14, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung, hängt von ein paar Bedingungen ab. Aber sie ist halt nicht sehr hoch. Also davon jetzt auszugehen, das ist ein Leading, wir sind total bullish drauf, ist statistisch gesehen nicht vernünftig. Gedanklich zu erlauben, aber es könnte immer noch ein Leading sein, ist völlig in Ordnung. Wie kann man damit umgehen? Weil häufig höre ich dann, ja, aber das hilft mir ja gar nichts, wenn ich ja nicht weiß, was als nächstes passiert. Deshalb ist jetzt alles entscheidend, wie geht es jetzt weiter? Was passiert hier? Geht der Kurs korrektiv hoch? Ist als nächstes sehr realistisch, wenn er das durchstößt, dass das sich nochmal fortsetzt. Und damit sind wir wieder sehr in der Nähe. Das muss jetzt nicht exakt so sein, es hängt ja davon ab, wo das Tief ist, wie hoch die Korrektur ist. Aber wir sind so dicht in der Nähe oder haben das vielleicht sogar durchstoßen, dann ist das kein bullisches Bild mehr. Dann ist es mindestens mal für diese Strecke auf jeden Fall ein sinnvoller Short-Trade. Ja, und das bullische Bild, ja, das hatte ich euch eben theoretisch im 5-Minuten-Chart eingezeichnet, wenn er jetzt sowas macht. Und das, das ist nicht mehr Short-mäßig, zumindest vorläufig nicht. Dann müssen wir damit rechnen, dass sich ja diese Strecke als erste Strecke nach der Korrektur als dritte nochmal, also man sagt so erste, zweite, dritte nochmal fortsetzt und dann ist es mindestens mal bis dahin. Vielleicht sogar dann, oh, ist doch ein bullisches Bild, setzt es sich so fort. Das muss man verstehen als Marktteilnehmer, weil viele sich damit extrem schwer tun. Du gibst mir zwei Möglichkeiten, es geht entweder hoch oder runter, damit kann ich nichts anfangen. Naja, doch, genau damit kann man was anfangen. Das ist natürlich nicht hilfreich, das kann ich auch verstehen, dass man dann vielleicht ein bisschen, naja, stinkig ist oder so. Na, schön finde ich das nicht. Ich will jetzt hier wissen, an dieser Stelle, jetzt gucke ich vielleicht das Video in diesem Moment, ich will jetzt entweder kaufen, weil es hier hoch geht, oder verkaufen, weil es hier runter geht. Und eigentlich will ich hier gar nicht nachdenken, sondern ich will einfach nur, dass er dann das macht, wovon wir ausgehen und fertig. Das ist aus meiner Sicht an dieser Stelle nicht möglich. Man kann jetzt, also zumindest mal nicht so sinnvoll, natürlich kann man jetzt überlegen, die Chance für noch weiter abwärts, die ist ein bisschen größer. Ja, das sehe ich auch so, aber das Problem wird spätestens dann sein, okay, dann verkaufe ich hier. Hast du ja gesagt, ein bisschen größer ist die Chance, dann verkaufe ich hier. Dann ist die Chance dafür größer. Wo wollt ihr hier euren Stop platzieren? Wollt ihr den Stop hier oben platzieren? Warum da oben? Ich kann den doch dann hier setzen, es geht runter. Naja, ich habe ja gerade gezeigt, ihr müsst damit rechnen, dass wir eine Gegenbewegung machen. Das hat er ja hier auch gemacht, eine Gegenbewegung. Oder auch in dieser Bewegung hat er eine Aufwärtsgegenbewegung gemacht. Also ihr müsst damit rechnen, dass es Gegenbewegungen gibt. Also ein ganz enger Stop ist die Chance, sehr groß, wenn ihr hier jetzt shorten würdet, dass er rausfliegt. Das ist ja nicht so im Sinne des Erfinders. Oh, weißt du was, da mache ich den Stop halt hier oben hin, da kann mir nicht viel passieren. Das ist völlig richtig. Ja, das ist also nicht völlig richtig. Wir haben ja gesagt, wenn er jetzt das macht, dann werden wir früher oder später da oben irgendwie raus, oder wenn er direkt hoch geht, würden wir dann rausfliegen. Aber ja, auch nicht zufrieden mit. Die Wahrscheinlichkeit für die beiden Bilder ist zu ähnlich. Und wenn ich den jetzt an dieser Stelle, und wenn ich den Stop hier oben hin mache, dann lohnt der Trade einfach nicht. Dann ist das zum Beispiel risikomäßig 100 Euro. Wir rechnen immer so standardmäßig, das ist immer so eine 100 Euro will ich riskieren. Bitte riskiert so viel, wie für euch sinnvoll ist. Wenn ihr ein sehr großes Konto habt, kann es sein, dass es viel sinnvoller ist, 1000 Euro zu riskieren. Wenn ihr ein kleines Konto habt, vielleicht auch nur 10 Euro. So die Daumenregel ist 1% vom Kapital. Riskiert ihr. So, habt ihr 10.000 auf dem Konto, wären das dann 100 Euro, die ihr von mir aus riskiert. Das ist immer so eine schöne Zahl, mit der man arbeiten kann. So, 100 Euro, die ihr riskiert. Dafür kauft ihr dann entsprechend so viele Kontrakte, dass das entsprechend 100 Euro sind, wenn ihr da oben ausgestoppt werdet. Das heißt allerdings auch, wenn er dann hier unten ankommt, habt ihr nicht mal 100 Euro gewonnen, weil die Strecke ja kleiner ist als die hier. Das heißt da oben, das wären 100 Euro und ich lüge jetzt mal, ich habe es nicht ausgerechnet, aber sind das vielleicht 80 Euro. Ist das ein guter Trade? Wenn er da unten ankommt, schon, aber die Trefferquote dafür, haben wir gesagt, ist nicht 1 zu 1. Also so von wegen, es kann gar nicht anders. Ist zu gefährlich. So, die andere Variante ist, ihr wartet tatsächlich, bis der Kurs euch zeigt, ne, 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 das ist ein Versuch, das ist nur eine Pause, keine Sorge. Dann setzt ihr euren Stopp hier hin, mit der Erwartungshaltung, dass der Kurs da runterfällt. 1 zu 1, was da oben ist. Und jetzt braucht ihr noch einen Stopp. Und ich mache mal, die einfachste Variante ist, dass ihr euren Stopp einfach über das letzte Hoch dann setzt. Das kann man auch verbessern, 78er Methode, kennen viele von euch. Aber lassen wir mal einfach da drüber, das ist für die, die nicht nachdenken wollen. So, dann weiß ich, das hier entspricht 100 Euro. Ja, ihr wisst, also ich werde immer mit 100 Euro ausgestoppt. So lege ich das jetzt mal fest, 100 Euro ist das, was ich riskiere, sind das 100 Euro. Dann weiß ich aber auch, dass das 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro sind. Das ist nicht immer gleich, das hängt davon ab, wo die Einstiege sind und so weiter. Also diese Größenverhältnisse variieren, aber wären in diesem Fall 300 Euro. Das heißt, was viele sich wünschen, nur ich will jetzt wissen, soll ich kaufen oder verkaufen? Da kann ich eine Meinung zu haben. Ich habe aber ein viel schlechtere Chance-Risiko-Verhältnis, als wenn ich das hier noch abwarte. Und der zweite Vorteil ist, wenn ich das abwarte, habe ich auch die Information, nicht nur wie das ist, sondern auch, dass das die schwächere ist, habe also auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass es im Endeffekt hier nochmal nach unten geht. Also wir haben eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit und wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel dort, es gibt andere Varianten, wie man das Ding stoppen kann, aber eine Variante, wo man sinnvollen Stop setzen kann und dann eben unten die Chance, durchaus mehr dann auf der Gewinnseite zu haben. Und das, was ich euch jetzt gerade aufgezeichnet habe, ist eigentlich viel mehr die Fähigkeit eines Händlers, diese Gestaltung sinnvoll vorzunehmen, als die Zukunft vorherzusagen. Viele denken tatsächlich, naja, als Händler wirst du ja wissen, was als nächstes passiert. Ne, ich habe keine Ahnung. Aber obwohl ich keine Ahnung habe, kann ich diese Unwissenheit so gestalten, ich werde wohl nicht schlimm verlieren. Ich werde im Durchschnitt, werde ich mit Sicherheit da was rausholen. Das ist die Fähigkeit eines Händlers. Nicht seherische Fähigkeiten, nicht Zukunftswisser oder sonst irgendwie was, oder wahrlich, ich sage euch, das und das passiert morgen, bin ich mir ganz sicher. Ah, haben wir alle schon mal geäußert, ist aber, wenn wir ehrlich sind, nicht wirklich sinnvoll. Aber die Gestaltung vorzunehmen ist sinnvoll. So, wie ihr das gestaltet, das schlage ich euch ja immer wieder vor, aber ihr dürft das und ihr solltet das natürlich nach einem Gusto. Ihr könntet auch sagen, ich mache einen weiteren Stop, dann verliere ich halt 200, gewinne nur 300, dann ist das schlechte. Aber dafür ist die Chance, ausgestoppt zu werden, ein bisschen niedriger. Das ist persönlicher Gusto, es gibt noch andere Varianten, vielleicht nicht hier, sogar da oben reinzukommen, wenn er hier eine Wendeanzeige macht, statt hier unten und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte, soll ein andermal erzählt werden. Also, ein kleines Lehrstück jetzt im Nachmittagsindex, Indexupdate hier. Trotz alledem, abwärts ist im Moment die starke Seite, ich suche also Shorts. Möchte jetzt aber einen besseren Preis haben, besserer Preis heißt, komm mir mal ein bisschen entgegen, mach mal ein bisschen höheren Verkaufspreis. Das wäre hier beispielsweise, wie man das berechnet, haben wir eben mit Fibonacci gemacht. Schickerweise kann ich mir damit die Analyse bei den anderen Indizes mehr oder weniger sparen, denn bei dem Dow Jones sieht es natürlich sehr ähnlich aus. Also hier die Abwärtsseite, auch hier zeichnet ihr Fibonacci mittlerer Bereich. Nehmen wir mal, er geht vorher noch tiefer, dann müsst ihr das anpassen, wird sich der Bereich ein bisschen niedriger ergeben, das ist ja klar. Aber das Prinzip bleibt exakt das Gleiche. Das ist jetzt eine Hausaufgabe für euch zur Übung, dann mache ich mal selber. Vielleicht als Hinweis nochmal dazu, das ist das, der Markt tut sich so wahnsinnig schwer. Sie wollen ja irgendwie nach oben, man hat es ja gesehen, wir hatten hier drei Unterstützungen, ein Trippeltief, wie man so schön sagt, aber sie nutzen es nicht. Sie können es nicht nutzen. Die Marktteilnehmer sind nicht gewillt, wirklich auf die Käuferseite zu gehen. Rücksetzer, Rücksetzer, Rücksetzer. Ihr müsst also damit rechnen, dass der Markt deutlich tiefer geht an der Stelle. Also insofern, abwärts scheint immer noch die richtige Richtung zu sein. Aufwärts ist extrem überschneidend, dementsprechend extrem korrektiv. Abwärts hat schnelle Bewegungen, bietet sich also an, nach der Korrektur auf der Unterseite sich reintriggern zu lassen oder sich das eben nochmal bestätigen zu lassen durch eine Wendeanzeige. Das ist beim S&P nicht großartig anders. Auch hier sieht die Bewegung auf der Aufwärtsseite vielleicht nicht perfekter Trendkanal, weil entweder passt es unten, also der Winkel passt schon, aber das passt hier nicht so 100%. Aber machen wir uns nichts vor, diese Aufwärtsbewegung impulsmäßig ist schon mühsam. Trotz alledem auch hier der kurze Hinweis, 1, 2, 3, 4, 5 als Leading ist noch in Ordnung. Wenn der jetzt A, B, C nur macht, wäre das ein Long Trigger, wenn das ein Leading ist. Aber wenn es doch die Shortseite sein soll, dann triggert er ja nicht, dann wird er ja hier weiterlaufen. Also hier jetzt Long gehen, weil könnte ja ein Leading sein, habe ich eben erzählt, ist statistisch gefährlich, nicht so sinnvoll, ist ein Babonspiel, kann gut gehen. Aber von den Prozentzahlen ist das eigentlich nicht so optimal. So, wenn wir aber das hier tatsächlich nehmen und er macht eine A, B, C, er wendet hier, dann wäre das ein möglicher Long Einstieg, um zu sagen, ja, guck mal, war doch vorbei. Aber möglicherweise ist das was für das morgige Thema. Aktuell ist für mich eigentlich viel relevanter die Idee, wenn wir hier irgendwie mal wackelig hochkommen, dann nochmal die Abwärtsseite. Es geht im Kleinen auch, aber wenn es eine vollständige Korrektur wird, dann können wir 1 zu 1 sagen, wie man die berechnet, die vollständige, haben wir hier eben gezeigt, müsst ihr im Fibonacci gucken, kann sich nochmal ändern, wir sind am tiefsten Punkt, das kann sich in der nächsten Minute, ist der Punkt tiefer, deshalb bringen jetzt Werte zu nennen hier überhaupt keinen Sinn. Wenn er nur eine kleine Korrektur macht, also die weit weg ist von der Kiste, die ich hier eingezeichnet habe, dann geht trotzdem die Abwärtsseite, aber bitte dann nicht die 1 zu 1 Projektion nehmen. Das ist idealerweise, wenn er eine vollwertige Korrektur macht und das ist zwischen 38, 50, 61 ziemlich sicher gegeben. Darunter ist das Risiko, dass es nur eine interne Korrektur ist, sowas wie 1, 2, 3, 4, dann kommt nochmal eine 5, die orientiert sich gerne an der Länge und anschließend kommt erst die Korrektur. Also Short ja, aber mit kleineren, engeren Zielen, dann bitte nicht von der 1 zu 1 Projektion ausgehen. So, das letzte, was wir uns angucken, ist noch der Nasdaq. Der ist ehrlich gesagt der stärkste auf der Aufwärtsseite gewesen, wobei man sagen muss, so wunderhübsch war das hier auch nicht von dem internen Muster, aber mit Abstand der beste. Das heißt, wenn der jetzt anfängt und tatsächlich sagt, ich mach das mal hier im 4-Stunden-Chart, guck mal, das war doch jetzt nicht ganz schlecht, vereinfachen wir jetzt mal den Chart ein bisschen und jetzt macht er eine A, B, C, dann bin ich beim Nasdaq an der Stelle auf Long getrimmt. Es kann also sein, dass ich Short-Signale kriegen würde bei vielen Märkten oder immer noch Short gedanklich bin, weil es die bessere Richtung zu sein scheint, der Nasdaq aber ein Long-Signal gibt. Wir handeln dann tatsächlich beide Richtungen, wohlwissend, dass wir, wenn wir falsch liegen, ja viel weniger riskieren, aber wenn die bessere Richtung sich durchsetzt, wir dann auf dem Trade den besseren Erfolg dann eben mitnehmen. So, aber das wird wahrscheinlich nicht zeitgleich sein, denn wenn er das macht, wird möglicherweise bei den anderen auch so mindestens mal dieses Leading-Signal sein, dann würde ich aber wahrscheinlich lieber das handeln, weil das wohl mit am stärksten ist hier. Aber dafür müsste der Kurs jetzt erstmal nach oben gehen, anschließend nochmal runter, ich brauche ja hier einen Dreiwähler. Oder anders Korrektiv wäre auch gegangen, aber das halte ich jetzt natürlich, nachdem wir den schon haben, ja, das sieht jetzt schon anders aus. Aber wenn der wackelig hochkommt, ich zeichne das nochmal, der Rücksetzer müsste sein, tiefster Punkt, höchster Punkt, in diese Kiste. Ja, sind wir doch schon. Ja, aber eben nicht Korrektiv. Das sieht doch wie ein Stein gefallen aus hier. Das heißt, wir brauchen noch was Korrektives. Geht das noch? Zum Beispiel, wenn der jetzt wackelig hoch käme, ja, dann würden wir nochmal anschließend diese Bewegung nochmal nach unten bekommen. So wie ich es jetzt ausgesucht habe, ist es ein bisschen zu weit. Es kann aber sein, dass er den ein bisschen höher noch macht, dass der ein klein bisschen kürzer ist, und wir dann noch so halbwegs in der Kiste ist. Es muss nicht in der Kiste sein, aber das wäre dann noch in Ordnung. Aber ihr seht schon, die Gefahr besteht jetzt schon, dass wenn das so ein ähnliches Muster ist, dass wir dann hier irgendwo landen und dann ist auch ein Trigger hier oben erstmal uninteressant. Dann zeige ich euch aber noch, wie ihr anders long gehen könntet, wenn es dann noch danach aussieht. Im Moment sieht es aber nicht danach aus. Die Chance für den Nachmittag, für die ganz kurzfristigen Trader ist tatsächlich, achtet mal drauf, wir müssen ja in diesen komischen Bereich rein. Das könnte dann durchaus im Nachmittagshandel irgendwie so aussehen. A, B, C. Also ihr seht, auf verschiedenen Zeitebenen, es ist immer so schwer, ja Rüdiger, was jetzt? Long oder Short? Naja, es kommt ja darauf an, in welcher Zeit ihr handeln wollt. In der Abwärtsbewegung, die ich hier jetzt erwarte, erwarte ich, jetzt geht es aufwärts und anschließend nochmal weiter runter. Übergeordnet suche ich also Shorts. Auf diesem Weg nach oben kann ich aber vielleicht sogar nochmal long gehen, wenn wir hier einen Anstieg haben, hier eine Korrektur und dann die Fortsetzung nochmal nach oben bekommen. Das geht natürlich auch auf noch kleineren Ebenen, falls ihr diese suchen solltet. Ja, also wenn man mich fragt, was ist jetzt? Long oder Short? Ja, genau richtig. Ja, das hängt ja von der Zeitebene ab, auf der ihr das sucht. In diesem Moment allerdings gibt es noch nichts. Wir brauchen noch den ersten Ansatz. Lasst die anderen die Drecksarbeit der Wände machen und dann sagt ihr, wollen wir ihn mit. Klingt doof, ist aber eigentlich ganz praktisch. Lasst euch zu den anderen zeigen, dass sie jetzt gewillt sind zu drehen. Im Moment sehe ich das noch nicht. Also wer Short ist, alles wunderbar, spricht nichts dagegen, zieht einen Stop eng hinterher, vielleicht irgendwie parabolisch, super Trend, irgendwie solange es weiterfällt, freut ihr euch ein Loch im Bauch. Nur wenn er dreht, nehmt ihr halt das mit an Gewinne, was ihr bis dahin abgesichert habt. So, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Erstmal euch jetzt einen wunderbaren Nachmittag oder Abendhandel. Toi, toi, toi für eure Handelsentscheidung. Bis zum nächsten Mal.